Yo Leute, was geht ab? Wir spielen eine neue Runde Counter-Strike auf einem ziemlich hohen Rang, wie immer. Was heißt wie immer? Immer eigentlich nicht, aber ist schon neu. Ähm, oh, die Flash war nicht gut. Man sieht schon, ich bin ziemlich müde noch. Oh, da kommt einer durchgelaufen, den bekommen wir jetzt, den bekommen wir jetzt. Ah, das ist so gefährlich da. Wir haben noch den Hit gefressen. Ist so gefährlich. Ich, es ist für heute mein erstes Game, ich bin absolut nicht eingespielt, es wird geplantet. Oh, da unten ist einer. Den haben wir gehört. Ich muss gleich Sound ein bisschen lauter machen, dass ich ihn etwas besser höre. Da mal, schon mal. Let's go here, let's go here, let's go here. Good job, good job. Oh mein Gott. Es ist mein erstes Game für heute. Es ist auch ziemlich viel morgens, also ich bin erst eben aufgestanden. Ich gucke mir grad an. Ich habe hier mir erstmal zwei Frühstückseier gemacht, schön weichgekocht. Ich bin jemand, ich liebe weichgekochte Eier zum Frühstück. Haben wir noch hier so eine Eisdee-Zitrone. Eigentlich von Trendy. Ich glaube, damals war es Trendy, jetzt heißt es wohl Billigmarke Weiko. Zitrone, ja, normalerweise trinke ich immer Pfirsich, aber hab mal ein bisschen Bock auf Zitrone. Normalerweise muss man hier eingebautet. All out Zitrone, ja, ich bin down. Good job. War klar eigentlich, dass die ausnähen, haben aber somit alle schon mal eine Nade gekauft. Eventuell sogar noch Pistole, war also ganz gut. Oh, du wirst... Oh, Junge, Junge. Geh nicht down. Good job, good job. Lohnt sich in der ersten Runde, äh, beziehungsweise in der zweiten Runde eine Shotgun oder eine MP zu kaufen, statt so eine Galil, weil du bekommst deutlich mehr Geld. Schmeißen die Waffen durch die Gegend. Ich habe eine Waffe bekommen. Ja. Benutzen wir die? Oder benutzen wir die Galil? Wir benutzen einfach mal die Galil. Ich bin kein großer Galil-Fan. Aber so muss ich mir halt kein anderes Stuff holen. Vielleicht eine Nade. Eine Nade hätte es vielleicht getan. Wir gehen mal rammen. Die Rampe, die gute alte Rampe. Good job. Good job, Mates. Good job. Läuft also wie am Schnürchen hier. Einer hat schon verlassen. Bei uns im Team? Nee, im Gegner-Team. Boah. Ja, was soll ich dazu sagen? Nimm mich trotzdem in die Aufnahme rein. War das ein Rage-Grid? Nee, glaube ich nicht. Was hat der gesagt? GG. GG WP und hat gelieft. Okay, war ein Rage-Grid. Das war ein Rage-Grid. Kann ich nicht verstehen, sowas, Leute. Wieso meldet ihr an? Folgen auf dem Ranking. Das ist eine... Okay, es ist eine CT-Map. Aber wenn du die erste Runde verlierst, dann ist klar, dass du die nächsten auch verlierst. Wir haben eine Nade-Skicker gekauft. Sind sozusagen schon mehr oder weniger all-in gegangen. Sorry, sorry, sorry. Wir wurden vom Teammate angeschossen. Uncool. Hat mich ein bisschen verwirrt, wenn du von hinten angeschossen wirst. Oh, schön, schön. AWP gedodged. Jetzt durchgelaufen. Oh Mann, wir haben einen auf Rampe. Einen auf A. Wir sind in der Blue. 1A-Side. Und 3 gegen 5 ist machbar. Wir haben zwei Sternchen und... Ich gönne mir in der Zeit einen Schluck vom leckerten Eisdee. 2A-1A. Okay. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Okay, okay, King. AWP war oben auf dem roten Container. Wird schwer, wenn ich jetzt AWP kaufe. Aber wir machen es einfach. Let's go outside. Got AWP. Got an AWP. Oh Mann. The power of the Dragon. Ich liebe diese AWP, ne? Mech. Mech. Flaschbang. Flaschbang. Smok. Still left side and mech. I'm throwing a grenade. Flaschbang. Flaschbang. Bomb has been planted. Hey. One catwalk. Da hat er versucht. Da hat er versucht. Ah, komm. Show me your face. Your face. Ich versuche, den noch abzufangen. Nein. Ich sterbe. Ich habe voll die Bombe vergessen. Was kauft man denn? Alle haben gekauft. Dann kauft man auch einfach. Was schon? Mehr brauchen wir nicht. AWP ist... Ich weiß gar nicht. Hat er gesaved? Hat er denn eine AWP? Ich bin mir nicht sicher. Wenn, aber ist auch egal. Denn wenn man jetzt einfach den hier... BAT! ...hat uns gehittet. ...hat uns getötet. ...hat uns getötet. Die AWP hat ihn mal mitgenommen. In den Umwelten war er wahrscheinlich gestorben. Also stark sehe ich jetzt den AWP-Schützen nicht. Stark ist er nicht. Aber der hat eine miese Position. Wir sind schon auf B durch. Ich arme an den AWP. So ein paar Mal weg. Schön. AWP-Done. So viel Geld haben die auch nicht. Vor allem, wenn die mit dem Bot spielen. Wut? Haben sich jetzt zu zweit von einem holen lassen. Das ist ziemlich unklug. Jetzt haben sie aber noch volles Leben. Unser Vorteil gegen zwei Leute. Alles noch offen. Aber, das war's. Da ist sie down gegangen. Ich glaube, wir haben keine AWP gesaved. Beide hatten eine M4. Rush Aang. Okay. Wir rushen durchs Dorr. Nämlich am Dorr. Es sollte keiner sein. Wir haben einen oben Catwalk gehabt. Einen außen. Ich denke, die sind zwei über Catwalk. So muss er sein. Einfach durchs da hier. One outside. Mach. Coming, Mach. Main, 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 main. Schön. Oh, das hat knapp das Gehen. Wir können angreifen. Obwohl, drei gegen drei. Nein. Behind you, Sensor. Er soll... Die Sache ist, dass der, der da an der Kiste, wo ich hingucke, ist, dass der gar keinen gedeckt hat, irgendwie. Bei mir auch, please. Kaufen ist doch was. Eigentlich wollte ich mir nichts kaufen. Eigentlich wollte ich jetzt Pistol-Roll machen. Ich will nochmal A-Rushen. Ist das... Yo, ist es dein Ernst? Ist es dein... Oh Gott. Nein. Nein. zu viele zu viele von allen seiten okay go outside now don't stop a ist eine ct-map daher so schlimm ist es nicht also es ist eine ct-map schlimm ist nicht check the red ct-container one secret one red und close close main main down weapons here weapons here come city base ct base ich kann ich kann nicht alle überall kommen sie her ich kann nicht überall hingucken die flash hat mich echt weg gehauen ich glaube ich habe ihm auch als einziges gekauft war auch nicht so schlau don't rush wir haben einen autosniper das ist das gefährliche die haben einen autosniper ich komme scherz gott hier laufen einfach nicht kubi kubi behind boxes behind boxes good job Wieso geht der Sam so immer noch auf A? Der checkt das nicht. Er will sein, er hat, er will auf, er will immer A gehen. Green is trolling, he put the bomb up the vent, so I can't reach it. Trolling because we didn't wanna go, nice job. Hm, uncool. Oh, er kann sich ne Waffe safen, er kann sich ne Waffe safen. Split A, was wollen die mit ihren A rush? Wir wurden dreimal hintereinander eh einfach vernichtet. Er macht ne Eco-Round. Ja, good job. Hast du dein Geld? Gut ge-Eco-ed. Let's buy. Wait for my flash, okay? Okay. Ja, okay. Die sagen, ja, ich gehe außen. Ich gehe nach dem Roof und ich erzähle euch, wenn ich flashe. Guck dich, guck dich. Crouch, crouch. Okay, geh in, geh in, geh in. Den hab ich noch mal geholt. Schön gemacht, von Team-Mate. Muss man dazu sagen. ai, ich bin jetzt nicht. Smoke. Drogen an flashbang. Smoke. Activating the bomb. Heaven. Bomb has been planted. Wie hab ich denn in Heaven gewählt? ich habe gerade einen assist bekommen lass mich mal überlegen ich habe zwei schüsse abgegeben dann habe ich den durch die kiste getroffen aber an zwei leute außen einen habe ich getroffen ich habe also den durch die kiste gehettet er ist weggelaufen und dann war da noch ein zweiter bei mech die gehen mit zwei mann mech die einzige erklärung weil ich hatte keine mech okay das wird man das kann man nicht sein und den auch in einem kann halt nix machen ist ich kann nicht gegen den ich weiß nicht wenn man den container bekommt ich gehe selber mal auf den container aber normalerweise holt die akka dich wenn die akka durchfasst hast du keine chance schön schön wenn ich die nettes mit das profilbild nehmen musste ich munzeln der typische game hat jetzt ein 1 gegen 1 besser aus dem team gegen den schlechtesten aus dem gegner team was aber nichts zu sagen hat hat er nicht gesehen ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher darf nicht mehr aus dem zoom gehen sonst wird man den schön gemacht er durfte nicht mehr aus dem zoom gehen ansonsten hätte man den gehört bei den zoom hört man ja in cs auf der den die 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 anschaut die 4 Menschen 1 mehr Vanity Good Job Dead, hit, shot Gib mir die Waffe, gib mir die Waffe, gib mir die Waffe, der hat mir in der Luft den übelsten Hegel gekriegt, das war schon heftig. Let's do this, Heim. Oh nein, es hat noch einer verlassen, jetzt haben die echt, ah nein, Neulagern ist ein Steeringfehler. Wie ist mal keiner aus, hm? Den Leul, der Simso, der Toll, er hat sich einfach eine, was ist das, ne Magma, der M249 hat er so geholt, jetzt hat der Gegner die. Dem gehen wir den übelsten Headshot, den Bot. Also so schlecht ist unser Aim am Morgen gar nicht. Ihr hört, vielleicht habe ich noch so eine leicht verschlafene Stimme, immer wenn ich aufstehe, habe ich so eine, ja, raue, so eine kratzige Stimme. Jetzt wieder 4 gegen 5. Also ich bin ein bisschen blöd, so was hochzuhören, 4 gegen 5, aber was soll ich machen? Ich kann ja auch nichts verführen, ne? Ich meine, wenn die Leute auf dem Rang Rage quitten, dann sorry, so dann, das ist leider nicht mein Problem. Muss ich schon sagen. Dann tut mir das leid natürlich, für das Gegnerteam, ich kenne das. Passiert nämlich nicht nur im Gegnerteam, sondern in meinem Team auch. Aber da kann ich da nichts für. Das ist ein R&B. At the door. Bump. Downside oder Outside? Es ist secret Das wird böse Keine Chance gehabt Ich habe gerade überlegt was ich mache Die beiden Schichten waren zu Ich wollte eigentlich durch die Schichten nach unten Aber Nein das hätte es nicht getan Das hätte eigentlich nichts geändert An der Tatsache Wir gehen mal Outside I go A Me Outside The Yard I throw a molly in Box Feel the power of the Dragon Okay Wäre geil in der ersten Grund Wir haben unsere Drehlechte zu merken Hm Wo kommen die denn hin? Ram Ja Ja Die sind schon drauf auf ihn Komm noch einer Ach man Wo ist denn mein Team Wir können hier einfach alle durchwaschen Leute ihr müsst Die doch aufhalten Drei Leute auf alle Das ist halt Bullshit Wir verlieren gegen vier Normalerweise Stellst du dich hier oben an die Kiste Auf Ramp Und verteilst drei Oder zumindest zwei Hitshots instant Dass die Gegner einfach gar nichts machen können Das könnten hier außen gehen Und da kann ich jetzt nichts mehr machen Deswegen gehe ich Hier Outside No lobby Oh das kommt hier zu sein Ich habe zwei Hits Oh nein Die haben aber auch ein Glück Jeder ballert einfach Kehr durch Dead luck is impossible Hier machen Let's go shotgun Have some fun What are we doing Sneaky peeky like Can someone take outside This round Again lobby Again lobby Attack clear Nein das gibt es doch nicht Low HP 20 HP One ramp Two ramp Vanity Move 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 Vanity Was macht der denn Vanity Man Schleich doch nicht dein Leben lang Du bist ja schlimmer als ein Bot Bist ja noch useless Jetzt kaufen wir natürlich Ich kann nichts kaufen Das eigentliche was ich machen könnte wäre Ich kaufe mir ohne Armour Was werde ich auch wahrscheinlich machen So werde ich machen Scheiß drauf Armour wird eh überbewertet Gear up What going in Das stimmt Wir müssen eigentlich nur campen Wir lassen uns einfach Outplayen Ich darf nicht Ich darf nicht vorgehen Weil ich Hab kein Armour Ich bin instant down One outside Secret Good job Good job I think there is one more outside I am going secret Something outside Two more Three M Armour Sider Make One more outside One more outside I am going secret Is done Outside Is done I am not sure if the Bumble here is Ich denke, der wird über die Rampe gehen oder so. Wir werden einfach mal hier bleiben. Ich habe jetzt eine ABP. Ich kann es auf jeden Fall verteidigen. Ich kann jetzt außen auf jeden Fall verteidigen. Er hat gesagt, er saft lieber die Waffe der Gegner. Ich hätte an seiner Stelle vielleicht noch gepickt, weil er gesehen hat, dass wir jetzt die ABP haben. Über die Rampe einfach durchgepusht und dann von hinten ein, zwei Leute mit Glück geholt. Das ist halt immer eine Sache. Wenn du alleine savest, obwohl Gegner-Team hat genug Geld, die haben jetzt vier Runden, glaube ich, drei Runden gewonnen. Haben sich aber ein ABP gekauft und jetzt geht keiner mehr außen. Outside. Silo, silo. So, silo. Silo, silo. Outside, something, silo. Ich habe den doch gehittet. Ich hitte die, ohne dass ich das mitbekomme. Aber Vanity ist gut mit der Sniper. Vanity ist richtig gut mit der Sniper. Good Job. Der Außen, also der Auf-Rampe spielt stabil. Das finde ich gut. Der bleibt trampend. Der haut nicht ab. Das ist das Wichtige. Wenn die merken, dass irgendwo zugepusht ist mit ABPs und hast du nicht gesehen, dann wechseln die. Was ich noch heftiger finde, ist, dass der Vanity gerade die Kills mit der Sniper gemacht hat, hingegangen ist, ob er seine M4 wieder geholt hat. Das finde ich Respekt an Vanity. Das finde ich mich immer ganz wichtig, sowas. Wenn ich mag. Random Sniper, nicht unbedingt. Obwohl Vanity verdammt gut spielt. Ransom. Flaschbein. Kommt an Lawy. Deploying Flaschbein. Wir halten alles. Das heißt, ich kann hier durchstehen bleiben. Komm mal. An Lawy und auch keiner. Wichtig. Besser Spieler bin ich hier für diese... Für die meisten Eliminierung. Er weiß auf jeden Fall, wie man spielt. Er weiß, wie man spielt. Da muss man sich nichts vormachen. Guter Spieler. Der hat das Profilbild von dem South Park Typen aus der WoW-Folge. Kennt ihr den? Kennt ihr die WoW-Folge? Boah, ich muss drin lachen, wenn ich das denke. Es gibt so ein geiles Cosplay. Ich habe das Bild. Muss ich mal im Stream zeigen. Wenn er so das auf der Blitzkunde cosplayt. Ich glaube, ich habe da wirklich von einem engen Team geflasht. One outside. Ich glaube, da habe ich versuchterweise einen Zeiss abgekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Schüsse abgekommen habe. Ja, da war der. Ich komme rein. Ich komme rein. Ich komme zurück. Ein Ramp. Ja, ein Ramp. Ja, ein Ramp. Ich hätte doppelt so gespielt, sondern ich habe gerade auf der Map geguckt, wo der Typ sein könnte, mein Team-Mate. Einer ist outside. Ich muss mich leider hier unten hinstellen, weil ich diesen Platz gar nicht mag. Den finde ich echt mega, mega uncool. Hey, hey, hey. Ich habe einen Radium. Ich habe einen Fluss. Ich habe einen Fluss mit dem Fluss. Oh, die Fläche zu sitzen können. Hat's aber nicht. Er hätte unfaken sollen. Leute, unfaken ist das Beste, was ihr machen könnt. Unfaken ist das Beste, was ihr machen könnt. Hundertmal besser als hinterher zu laufen, weil der läuft einfach weg. Der hört das. Könnt nicht erwarten, dass der Gegner langsamer ist als ihr. Da seid ihr im falschen Spiel. Der Gruntelbart hat mich gerade gestrieben. Er ist noch eine Woche lang im Urlaub. Ich wollte wieder was von Gruntelbart aufnehmen. Dem Gruntelboy. Haben wir ein Real-Life-Video von ihm angeguckt. Der hat ja gar keinen Bart. Der Lügner. Er hat einen Kunstbart. Ich dachte, er hat einen echten Bart. Oh, nein, 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 nein. Nein, der ist nicht so weit. Komm zurück. Oh, ich schiebe auf A. Ich schiebe auf A. Oh, ich schiebe auf A. So ein cool. Wer braucht ihr Mopped? Ein Ramp, ein Ramp. Zwei Ramp, drei Ramp. B. B. Oh, Gott. Und der ist schon on-spot. Oh, mein Gott. Yeah, vier Sekunden left. Wir verlieren gegen viele Leute. Ich versche jetzt. Ich scheiße auf das Game. Gegner wieder gelieft. Die Sache ist einfach... Ich weiß gar nicht, was gerade schiefläuft. Die laufen immer an einer Seite durch. Die Sache ist, der muss aber auch alleine decken. Er hat noch volle HP. Die Sache ist... Oh, Gott. Jetzt hat der Bot... Der hat dich doch gesehen zehnmal. Okay, der hat den besser geht. Das. Wieso sind wir wieder mit zwei Mann auszählt? Egal, wie viel noch? Vier gegen eins ist gut. Dann steht zumindest zwölf, zwölf wieder. Solange die T's keine Waffen haben, sind wir stark im Vorteil. Das ist eine extreme CT-Map. Mein Stuhl quietscht. Muss ich mal ölen. Er campt. Er campt. Er campt. Au. T spawn. Die T's machen es aber auch schlau. Die campten einfach so lange, bis sich einer picken lässt. Und dann rushen die durch. Und das ist der Fehler von uns. Wir lassen uns picken. Statt dass wir einfach campten. Ich gehe jetzt mal mit auf A. Ich gehe mit auf B. Ich gehe mit auf B. Jump, zero, jump, 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 Baby, jump, jump. Smoke ist auch unsinnig. Die da wirft. Du musst sie weiter reinwerfen. Grenade aus. Grenade aus. Wir bleiben mal hier stehen. Ach, die haben eine komplette ECO. Das heißt? Das ist das, was ich meine. Wir lassen uns einfach wegpushen, statt dass wir die einfach wegpushen. Oh, der hat glaube ich ihn bekommen. Das war's Lobby. Gott, P90. Er hat eine P90 von mir gepickt. Nein, hat er nicht. Hey, wieso hat er nicht die Waffe gepickt? Hat er da Angst gehabt? Und er holt ihn mit der Glock oder USB. Ramp. Schön gemacht. Ich muss, ich muss lernen auch so einfach auf Zeit zu spielen. Einfach zu campen. Dann kaufen wir uns die Max-7. Ich mach grad irgendeine Scheiße. Ich find dieses Camper so stinklangweilig. Ich bin mehr so der Rush-Header. Ich muss Call of Duty eigentlich spielen. So zack, so zack, so zack um die Ecke. Bats, Bats, Headshot. One Ramp. Aua, du tötest mich als Bombe hier. Nehmen wir die Waffe. Ja, können wir nehmen die Waffe. Nein. Warte. Ja, hm. Jetzt wird er gejagt. Er ist freigegeben zum Jagen. Er ist freigegeben zum Jagen. Er hat ein Hedy bekommen. Okay, das ist ein Mega-Troll-Game. Ich wollte mir grad eigentlich sowas kaufen, aber ich hab nicht das Geld dazu. Nächste Runde, wenn ich sterbe. Dann geh ich rampfen und mach einfach Dauerfeuer. Ha, dieses schöne Smoke. Jetzt, p-p-p-p-p-p-p. Die Smoke hab ich nicht verstanden von dem. Ich mein, hätte der No-Smog-Brin, wär's okay gewesen, aber. Ich glaub nicht, dass der No-Smog-Brin hat. Sensor geht mega ab. Lobby, Blum, Blum, Blum. Oh, nein. Boah, der No-Smog-Brin hat dein Hedy bekommen. Wir haben genug Geld. Leute, wir haben genug Geld für die Waffe. Schwer. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. M240 mit Statrick magma. Wie viel Kills? Wir haben sieben Kills. Also, das sind die übelsten mit der Waffe. Waffe hat schon was. Schlecht sieht der nicht aus. Na, wo geh ich jetzt damit lang? Ich glaub, da lang. Dann machen wir den hier. Und dann noch ein Hedy verteilt. Ich will den Kill haben. Schalala, lala. Wir bleiben so stehen. Oh mein Gott, ich hab grad mega Angst bekommen. Komm, die 2 Kills, die waren richtig geil. Aber wo sind die Gegner? Da greifen. War kein guter Game. War 4 gegen 5. Haben trotzdem heute echt knapp gespielt. Aber wir haben auch viel offensiver gespielt, als wir wollten. Mh, mein Team-Rating ist für mich so. Naja. 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 Nestle ist Eagle. Und ich nicht. Finde ich ein bisschen blöd, du. Aber, Leute. Wir haben sogar eine Missionsbelohnung bekommen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Yo, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, CS hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen da oben da. Oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte der See-Video. Und unten habt ihr den letzten TTT-Part. Haut rein. Schönes Wochenende euch.